Herzlich Willkommen zu unserem 13. Studium bezüglich des Themas Christus und sein Gesetz. Wir wollen heute dieses Thema vorerst in dem Sinne beenden, dass wir zum Ende kommen, dieser Reihe unserer Betrachtungen. Und wir wollen natürlich verstehen, was das Ganze soll. Wir wollen verstehen, warum ist ein Gesetz notwendig. Und deshalb ist der Titel des heutigen Themas das Königreich Christi und das Gesetz. Man könnte sagen, auch das Himmelreich und das Gesetz. Wir finden in der Heiligen Schrift das Thema des Himmelreichs wie ein roter Faden, was durchgezogen wird. Besonders als Jesus auf diese Welt kam, da fing er an zu predigen. Und seine Predigt war eine ganz einfache. Er sagte, tut Buße und bekehrt euch, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war die Botschaft, die er seinen Jüngern weitergab, als er sie losschickte und sagte, geht hin und verkündigt dem Volk und sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir wollen uns mit diesem Himmelreich, mit diesem Königreich, das Jesus kam, um es uns zu verkündigen, um uns Bürger dieses Königreichs zu machen, anschauen. Und wir wollen uns anschauen, wie können wir in dieses Königreich letztendlich eingehen. Weil wir wollen nicht in einem Königreich bleiben, wo Gesetzlosigkeit, wo Lieblosigkeit, Tod, Mordschlag herrscht und regiert. Keiner von uns fühlt sich wohl und sieht es als ein Segen an, in so einem Umfeld zu leben. Deshalb ist es nicht Gottes Ziel, diesen Zustand auf dieser Welt der Gesetzlosigkeit für immer zu behalten. Nein, es ist sein Ziel, ist aus dieser Welt Menschen für sein Königreich zu gewinnen und eines Tages in der nahen Zukunft die Geschichte dieser Erde, die Geschichte des Sündenfalles zu beenden, damit es wieder Frieden ist, hier auf Erden und wieder Frieden ist im ganzen Universum, wenn die Sünder und der Sünder, der Ursprung der Sünde, Satan und seine Engel, nicht mehr sein werden. Dann wird alles wieder so sein, wie Gott es wollte. Nicht durch Gewalt, nicht durch Macht, sondern indem Gott erlaubte, dass alles, was etwas tut, heranwächst und man am Ende die Frucht sieht. Der einen, die Gott dienen, die quasi die Bürger des Himmelreiches sind und die anderen, die ihm nicht dienen. Schon als Abraham aus Ur in Chaldea gerufen wurde, auszuziehen, kam die Verheißung an ihn, dass er in ein Land gehen soll. Und der Abraham sah diese Verheißung nicht als ein Land, das er auf Erden haben sollte, sondern es war ein Land, das er im Himmel sehen wollte. Wir finden das sehr deutlich geschrieben im Hebräer Kapitel 11, wo es steht hier ab Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. So, Abraham, als er auszog und als Fremder weilte in dem irdischen Land der Verheißung, weilte nicht da in der Situation, dass er es für, wie soll ich sagen, es so hielt, dass er am Ende seines Ziels angekommen war. Nein, er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. So, wir finden diese Idee des Königreich Gottes, einer Welt, wo das nicht mehr existiert, was böse ist, durch die ganze Heilige Schrift als Ziel vor Augen. So, als Adam und Eva sündigten und nicht mehr im Reiche Gottes blieben, da gab es noch eine Chance, dass sie doch wieder ins Reich Gottes zurückkehren konnten, sollten, könnten. Und so schaffte Gott das, wovon wir diese ganzen Wochen gesprochen haben, nämlich einen Plan, wie der Mensch wieder in das Königreich Gottes eingehen kann. Es ist immer gut, wenn wir das uns veranschaulichen können in einem Bild. So, hier schafft Gott diese Erde und die neue Schöpfung in sieben Tagen. Und der Mensch ist die Krönung dieser Schöpfung. Gott schafft ihn als Mann und Frau. So, diese neue Schöpfung, die er gemacht hat aus dem Nichts, aus seinem Wort, die setzt er unter eine klare Haltung und eine klare Bedingung, das er halten wird, nämlich die Liebe ist die Erfüllung, ist die Bedingung des Lebens auf dieser neuen Erde, die Gott vor 6000 Jahren geschaffen hat. So, Adam und Eva sollten hier die Könige sein und sie sollten hier das Königreich Gottes erhalten. Aber jetzt fallen sie in Sünde. Und es entsteht auf dieser Erde sozusagen der Zustand der Zustand und das Leben der Gesetzlosen. Durch die Übertretung des Gesetzes Gottes entsteht Gesetzlosigkeit. Hier gab es Gehorsam dem Gesetz Gottes. hier entstand hier gab es Ungehorsam. Ungehorsam. So, die Menschen kommen in ein anderes Reich, denn das hier das Königreich Gottes ist. das Königreich Gottes, diese neue Schöpfung, wo der Mensch die Herrschaft bekommt, als König zu sein, dann ist dieses hier das Königreich des Bösen. Das Königreich des Bösen. So, auf in diesem Königreich ist es für den Menschen in dieser Situation nicht möglich, das Gesetz Gottes zu halten. Es ist nicht möglich zu lieben und hier muss der Mensch an den Folgen seiner Taten sterben. Hier herrscht aufgrund des Ungehorsams der Tod. So, und jetzt möchte Gott aber den Menschen dennoch erlösen. Und so kommt er und sagt, ich werde innerhalb dieses Königreichs des Bösen ein Königreich aufbauen, das meinen Namen trägt. So, durch die Gnade Gottes kommt Gott in das Königreich des Bösen und wenn man so will, kommt Christus. er geboren von der Maria und vom Heiligen Geist mit den zwei Naturen und baut auf in diesem Königreich des Bösen ein neues Königreich auf. Dieses Königreich baute auf sofort nach dem Sündenfall und dieser Sündenfall wurde sofort mit dem Opfer von zwei Tieren durch diese symbolhafte Handlung, in dem Adam und Eva neue Kleider bekamen, kam in dieses Königreich Königreich des Bösen wurden zwei Menschen hineingetan, die jetzt nicht mehr unter der Königsherrschaft des Bösen sind, sondern unter der Königsherrschaft Gottes. So, in diesem Königreich des Bösen baut Christus ein Königreich auf. Deshalb, als er kommt, sagt er, tut Buße und bekehrt euch, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So, es gibt also zwei Teile des Königreichs Gottes. Es gibt einmal ein Königreich Gottes hier auf dieser Welt. Dieses Königreich Gottes ist aber kein Land auf dieser Welt, es ist kein Ort. Das Königreich Gottes auf dieser Welt ist im Herzen der Menschen, die es aufnehmen. dieses Königreich ist nicht ein äußerliches, so wie die Juden dachten, dass es kommt, sondern es ist ein innerliches, weil auch wenn hier auf dieser Erde durch den Zustand des Bösen ein Königreich des Bösen kam, so ist der Ursprung des Königreichs des Bösen im Menschen. Und um ein neues Königreich zu bilden, muss dort das neue Königreich anfangen, wo die Wurzel ist. Und das ist im Herzen des Menschen. Dort ist das Übel begraben. Dort haben wir gesehen in den Textabschnitten, dass das Übel, das auf dieser Welt herrscht, einen Ursprung hat, nämlich im Herzen des Menschen. Es ist nicht so, dass Satan uns beherrscht, dadurch, dass wir besessen sind. Das sind die meisten Menschen nicht auf dieser Welt. Wir sind beherrscht durch unser eigenes böses Herz. Wir sind im Königreich des Bösen, weil unser Herz böse ist. Weil aus unserem Herzen Selbstsucht, Egoismus, Stolz hervorgeht. Weil in unserem Herzen wir nicht an uns denken, sondern an in dem Herzen immer an uns denken und nicht an die anderen. Ich möchte ein Beispiel erzählen. In diesen Tagen habe ich ein wenig geschrieben mit einem mit meiner Schwiegertochter. Sie sind frisch verheiratet seit letztem Jahr und sie sind gläubige Kinder und sind beide in der Mission. Aber jetzt müssen sie manchmal getrennt werden, weil die Mission erfordert, Opfer auch in der Ehe. Und so kam es zu einem Gespräch mit ihr über Skype und sie sagte mir, dass es ein bisschen traurig ist, dass sie jetzt für zwei Wochen von ihrem geliebten Mann getrennt sein muss. Und ich erzählte ihr und sagte, sie muss ihren Geist ein bisschen in die richtige Richtung halten und nicht traurig sein, sondern fröhlich. Und dann kam die Antwort zurück, naja, sollen wir nicht uns aneinander hängen als Ehepaar? Ist es nicht normal, dass wir auch geistig und körperlich uns aneinander hängen? Und ich schrieb ihr und sagte, doch, es ist in Gottes Sinne, die Liebe hängt sich an den anderen. Die Liebe liebt den anderen. Christus hat gezeigt durch sein Leben auf dieser Welt, dass er großen Hang hatte, wenn man so will, er liebte seine Jünger, er liebte seine Mutter, er hat das bewiesen, er liebte seine Geschwister, er liebte jeden, mit dem er in Beziehung trat. Aber was war in seinem Denken der Vorrang? Warum war er zu einem Menschen hingezogen? Um von dem Menschen befriedigt zu werden oder diesen Menschen zu lieben? Wenn wir eine Beziehung haben, leben wir von der Beziehung oder in der Beziehung. und im egoistischen Sinne unser Egoismus, unser böses Herz benutzt die Beziehung zum Selbstzweck. Und wenn dann der andere weg ist, mache ich und bin ich Mitleid, habe ich Mitleid mit mir und sage, ich bin so alleine. Aber die Liebe würde genau umgekehrt denken. Sie würde denken, jetzt ist er alleine und ich bin nicht da, ihm zu helfen. Wenn ich traurig wäre, dadurch, dass ich nicht da sein kann, meinem Partner eine Hilfe zu sein, ob Mann oder Frau, und ich nicht an mich denke, ich bin jetzt alleine für zwei Wochen, dann ist das Liebe, dann ist das Aufruf und dann versteht man, warum man verheiratet ist. Man lebt um der Beziehung Willen und des Anderen Willen. Man vergisst sich selbst in der Beziehung. Aber unser irdisches schlimmes Denken, unser schlimmes Herz denkt denkt immer nur an sich, immer nur an seine Not, immer nur ach wie schlimm geht es mir, ach wie sind ist doch die Welt so böse, ach wie geht es immer nur um mich und um mich und um mich. Und ich schrieb ein paar Fragen auf und bekam gestern eine Mail die mich sehr gerührt berührt hat und Tränen in die Augen brachte weil diese junge Frau mir sagte deine Fragen haben mich ins Herz getroffen und mir wurde klar in meiner Denkweise habe ich nicht an meinen Mann gedacht ich habe nicht gedacht dass er jetzt alleine ist und muss sowohl seine Arbeit tun und auch sich bügeln und kochen oder was auch immer muss jetzt hat er zwei Belastungen anstelle nur eine ich habe an mich gedacht und das was ich so hatte in meinem Denken das wie Liebe aussah sieht letztendlich nur so aus wie Liebe kommt aber aus einem selbstsüchtigen Herz und es hat mich so berührt dass sie so jung wie sie ist mit ihren 23 oder 22 Jahren verstanden hat dass in unserem Herzen etwas geändert werden muss in unseren Beziehungen zu anderen Menschen das Königreich Gottes auf dieser Welt ist eine Herzens Veränderung weil das Böse was diese Welt beherrscht aus dem Herzen des Menschen kommt nicht irgendwo von außen durch dadurch dass wir auf dieser Welt geboren sind kommen wir auf diese Welt mit einem Herzen mit einer Idee in unserem Geiste das sich immer nur um uns dreht mein kleiner Mitarbeiter in der Praxis der Sohn meiner Helferin wir an Gästen am Tisch mal wieder er nahm sein Frühstück ein als ich kam in die Arbeit und er liebt den Nachtisch und Joghurt oder irgendwas ihr wisst was Kinder so gern haben und wenn er sein normales Essen hat dann freut er sich schon auf den Nachtisch ist knapp nicht einmal zweieinhalb freut sich auf der Nachtisch so komme ich hin und sag gibst du mir auch ein wenig von deinem Essen und da hat er noch von seinem Brot zwei Brocken und gern gibt er mir einen Brocken und sagt hier nimm und iss er sagte nicht nimm und iss er kann das noch so genau nicht sagen aber er bot mir den Brocken ganz nah an meinen Mund an und dann sagte ich ja den Brocken will ich nicht da könntest du mir von deinem Nachtisch hineinging und ich ging nahe hin und zu gucken ob er das auch mir in den Mund gibt wo wir mir dann das Stück Brot geben wollte dann sagte er Nachtisch mal der Nachtisch ist mein Nachtisch mein den Brocken kann er teilen aber der Nachtisch nicht das ist das sündige Herz das Gute immer für mich zuerst das Gute brauche ich zuerst das bin ich auch nicht bereit unbedingt zu teilen es sei denn es ist sehr sehr viel da und ich habe mich schon so gelabt darin dass ich sage jetzt kann ich noch was weiter geben es ist zum heulen unsere Herzen sind so selbstsüchtig so verdreht dass sie sich dass sie unseren geist immer dazu bringen sich um sich selbst zu drehen und unsere besten taten die wir geben geben wir um unser willen so wovon lebt eine ein mensch lebt er von der beziehung oder in der beziehung die wahrheit ist dass die beziehung gemacht wurde dass wir in ihr leben ihr dort unsere liebe ausüben und nicht von der beziehung leben das egoistische herz sucht sich eine beziehung um von der beziehung zu leben das selbstlose herz dort wo christus eingezogen ist mit seinem heiligen geist lernt schritt für schritt dass es da ist um in der beziehung zu dienen dass die beziehung nicht zum selbstzweck gemacht ist nicht für mich nein sie ist mir gegeben damit ich mein werk vollbringe damit ich etwas tue was göttlich ist nämlich lieben wer von der beziehung lebt in einem mit einem menschen der hat es nicht verstanden wir müssen in unseren menschlichen beziehungen keiner von der beziehung und voneinander leben sondern füreinander nicht voneinander sondern füreinander aber unser schlimmes herz lebt von einer gibt nur eine beziehung aber die ist nicht mit einem menschen die ist mit gott wo wir leben von wo wir holen von aber die ist auch gebunden daran dass wir wenn wir geholt haben es weitergeben habe ich von gott den nachtisch geholt dann bin ich bereit ihn weiterzugeben und nicht für mich zu behalten so das königreich gottes muss zunächst an die wurzel anschlagen wo das königreich des bösen seinen banner hingestellt hat das ist im herzen des menschen und dort kommt christus um sein banner um seinen ja seine fahne aufzustellen deshalb kommt er nicht auf dieser welt um ein äußerliches königreich zu bilden das wäre völlig absurd was würde passieren wenn christus auf diese welt käme um ein äußerliches königreich zu bilden was wäre die was wäre das ergebnis nehmt euch stellt euch mal vor ich stelle mir das manchmal vor ich komme aus einem land da es unterschiedliche nationen gibt und es gibt menschen die haben eine gewohnheit sie leben immer im dreck wenn man so will und ähm sind unordentlich machen dinge die nicht gut sind und leben in unsauberkeit ihr stellt euch vor man tut diese menschen in ein sauberes milieu man gibt ihnen saubere häuser mit nicht ähm bemalten wänden man gibt ihnen saubere eine saubere umgebung saubere kleider und die frage ist was wird in kürzer zeit geschehen wie werden diese neuen häuser sein wie werden sie sein sie werden alles andere als gut aussehen weil der menschen seinen gewohnheiten das ganze wieder kaputt machen wird so wenn christus gekommen wäre so wie die juden ihn erwarteten als ein messias der ein königreich auf dieser erde aufstellt mit denselben voraussetzungen die es schon gibt auf dieser erde dann wäre das nicht würde das nichts bringen und gott beweist das auch in dem sogenannten alten bund wo das gesetz auf steinene tafeln geschrieben wurde damit die menschen sehen was sie falsch tun dieses gesetz auf steinernen tafeln berührte das herz nicht obwohl die die es gelesen hatten gesagt haben wir wollen dem er dienen wir wollen alles erfüllen was im gesetz steht aber sie fielen weil ihre herzen nicht umgewandert war deshalb ist der neue bund nicht ein bund wo etwas äußerlich im menschen geschieht sondern wo etwas innerlich im menschen geschieht und dieser neue bund ist das königreich gottes das nicht aufgebaut wird außerhalb vom menschen sondern immer menschen das lesen wir in jedemiah 31 ab vers 31 sie es kommen tage spricht der herr da ich mit dem haus israel und mit dem haus juda einen neuen bund schließen werde nicht wie der bund den ich mit ihren vätern schloss an dem tag da ich sie bei der hand ergriff um sie aus dem land ägypten herauszuführen denn sie haben meinen bund gebrochen obwohl ich doch ihr eheherr war spricht der herr so hier ist ein ehebund gemacht worden ein verbindliches leben sollte hier sein aber sie haben es gebrochen sondern das ist der bund den ich mit dem haus israel an jenen tagen schließen werde spricht der herr ich will mein gesetz in ihr innerstes hineinlegen und es auf ihre herzen schreiben und ich will ihr gott sein und sie sollen mein volk sein dieselbe idee dasselbe nimmt er paulus und erklärt es in im hebräer brief und versucht es den menschen klar zu machen was letztendlich in der in der im menschen verändert werden muss nicht sein äußerliches steht als erstes da wenn menschen sich manchmal bekehren dann ändern sie das äußere sie rauchen nicht mehr sie trinken nicht mehr sie gehen vielleicht auch äußerlich nicht mehr fremd in den äußerlichen taten kann man so wie die juden ziemlich makellos dastehen aber im herzen kann man das verdorbenste wesen sein das es gibt und dieses problem des herzens will gott erledigen nicht ein einen ein problem das das nicht mit dem herz zu tun hat so wenn der mensch verstehen könnte was der neue bund ist was das königreich gottes ist dann gibt es hoffnung auch für das königreich was danach kommt ich möchte noch einen text lesen aus dem hezekiel kapitel 36 ab vers 25 und ich will reines wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer unreinheit und von allen euren götzen will ich euch reinigen und ich will euch eine neues herz geben und einen neuen geist in euer inneres legen ich will das steinene herz aus eurem fleische wegnehmen und euch ein fleischendes herz geben ja ich will meinen geist in euer inneres legen und werde bewirken dass ihr in meinen gesetzen wandelt und meinen rechtsbestimmungen befolgt und tut so lasst uns das deutlich vor augen haben der gehorsam war eine notwendigkeit zur existenz des menschen und der welt aber nur der mensch war unter dem gehorsam gesetzt weil nur er moral hat nur er ist fähig eine verantwortung zu tragen weil ihm Gott diese fähigkeit gegeben hat er ist fähig zu lieben und nicht nur die liebe macht uns moral das haben im ersten vortrag dieses dieser reihe gesehen es die moralität besteht darin dass wir verantworten verantwortlich sind ein tier muss und kann lieben aber es hat keine moral ein kind muss und kann lieben aber es hat keine moral ich kann dem kleinen mit seinen zweieinhalb jahren versuchen zu belehren aber er hat keine wenn man so will er sündigt nicht wenn er mir nicht gibt von seinem nachtisch obwohl er sünder ist aber er hat ja noch keine fähigkeit mit zweieinhalb jahren seine moral auszuüben was anders ist es vielleicht mit fünf etwas anderes ist es mit zehn ein geist des menschen wächst wenn man ihn belehrt so kann er dann wenn es notwendig ist ja auch mit zweieinhalb jahren langsam die gesetze gottes in sein herz schreiben aber er hat keine moral hat er ist nicht verantwortlich für was er tut läuft über die straße oder macht er irgendetwas kaputt dort was ihn gerade interessiert neulich gestern gesehen dass der thermostat von der heizung war ganz nach oben gedreht und ich wunderte mich warum im bad die heizung lief weil weil junge am thermostat gespielt hat nun kann ich ihm keine strafe oder moral dafür geben weil er weiß ja nicht was ein thermostat ist er kann nicht genauso wie wenn ein Hund gekommen wäre hätte am thermostat herum gebissen so ein Kind und ein Tier muss und kann lieben aber sie haben keine Verantwortung bis zu einem gewissen Alter das Kind der Hund hat nie eine Verantwortung ganz egal wie gut er ausgebildet ist oder nicht weil er die Fähigkeit nicht hat ihm wurde kein moral und er wurde nicht zum gehorsam verpflichtet er hat den gehorsam ausgeübt genauso wie Gott ihn geschaffen hat nur am Menschen gab es eine Wahl dass er den gehorsam nicht ausübt nur der Mensch wurde moralisch ausgestattet gehorsam zu sein das Tier nicht so weil Gott den Menschen diese Fähigkeit gegeben hatte und ihn so geschaffen hatte war es entscheidend für ihm dass er treu bleibt aber der Mensch wurde untreu und er kam unter das die Herrschaft Satans und er bekam ein schmutziges Herz das das hat er von Geburt auf aber das ist noch nicht das was ihn verdammt sondern was den Menschen verdammt ist dass Gott jetzt kommt und ihm anbietet ein neues Herz ein reines Herz einen neuen Geist wo man die Gesetze Gottes dem Gehorsam möglich ist das ist das Königreich Gottes auf Erden das Königreich Gottes bringt den Menschen wieder in den Zustand dass er das Gesetz halten kann das heißt Christus war Gehorsam und wer Christus in sein Herz aufnimmt als Mensch der ist auch gehorsam so baut Gott sein Königreich auf inmitten des Königreichs des Bösen und wenn dieses Königreich auf Erden aufgebaut ist dann kommt das andere Königreich nämlich das neue Königreich die neue Erde Diese neue Schöpfung wurde zu einer alten und jetzt sagt Gott, er schafft alles wieder neu. Die neue Erde, das Königreich Gottes, die neue Erde, ein neuer Himmel. Alles macht Gott neu. Und hier leben neue Menschen, vielleicht sollte ich sie mit einer anderen Farbe, die Farbe Blau steht fürs Gesetz, Menschen, die kein Problem haben im Gehorsam, Menschen, die gehorsam sind. Sie sind deshalb gehorsam hier, weil hier haben sie den Gehorsam gelernt. Hier haben sie trotz den widrigsten Umständen gelernt, Gott zu gehorchen. Deshalb sind sie auch in das Königreich Gottes eingezogen. Gott kann und wird nicht dieses Königreich des Bösen beenden. Bis nicht das passiert, was er sich vorgenommen hat, nämlich auf dieser Erde eine Anzahl von Menschen zu haben, die das Königreich Gottes in ihrem Herzen völlig ausleben. Woher entnehmen wir das? Woher wissen wir, dass das neue Königreich nicht kommt, in denen nichts mehr Böses wohnt, bis nicht eine Umwandlung auf dieser Erde stattfindet? Letztendlich steht es überall in der Heiligen Schrift. Es ist ein roter Faden, aber ich nehme diesen roten Faden nur aus den Schriften Christi, damit wir erkennen, was das Ziel ist, seines Wirkens auf dieser Erde. Und warum wir als Menschen heute noch da sind, dass am Kreuz das Thema noch nicht abgeschlossen war, dass am Kreuz die Sache noch nicht erledigt wurde, sondern sie muss sich noch erfüllen und erledigen, bevor das neue Königreich kommt. Die Bedingungen zur Einführung des Königreiches, der neuen Erde, des Vernichtens, des Altens sind noch nicht da. Erst wenn diese da sind, kommt das Himmelreich Gottes und dann dort gibt es natürlich niemand mehr, der eine Neigung zum Sünden hat. Es gibt keinen Teufel mehr, es gibt keine bösen Menschen mehr, nur noch Kinder des Königreichs, die in ihren Herzen das ganze Gesetz Gottes geschrieben haben. Dann muss Kanzi Gott problemlos in sein neues Reich aufnehmen, weil es gibt keine Gefahr mehr. Wisst ihr, im Himmel gibt es keine Polizei. Gott kontrolliert niemanden, hat jeder in seinem Herzen das Gesetz Gottes, das heißt seine Art geschrieben, in dem Sinne, dass er sich mit dieser Art identifiziert, freiwillig. Er will das, er hat in seinem größten Wunsch seines Herzens, ist er, will er Gott ähnlich sein, will er lieben wie er. Wenn das alles in seinem Herzen erfüllt ist, dann gibt es im Himmel und für alle zukünftigen Zeiten nie mehr eine Gefahr, dass eine Rebellion gegen Gott aufkommt, weil jeder will das Gute. Jeder tut das, was das Gesetz Gottes in seinem Herzen geschrieben ist. Und ist Gottes Geist, ist sein Wesensart meine Freude und mein, meine, ja wie soll ich sagen, mein höchstes Erlebnis, dann in welcher Gefahr bin ich noch, dass ich in Sünde fallen sollte? So, lasst uns ein wenig die Heilige Schrift sehen, und zwar die Gleichnisse Jesus. Jesus kam auf diese Welt, um dieses Königreich aufzubauen, dieses geistige Königreich in den Herzen seiner Kinder. Ja, es war auch bevor er kam, da, aber in einem außergewöhnlichen Maße kam er, um jetzt dem Ziel näher zu kommen. Weil wir haben gesehen, die Berufenden Jesu haben sich in der letzten Betrachtung, wie die Gemeinde nie wirklich getan hat, außer in punktuellen Situationen, was Gott wollte. Und Jesus kam in der dunkelsten Stunde und er verkündigte das Reich. Und er verkündigte es in Gleichnissen. Und wenn ihr mal die Gleichnisse alle durchguckt, macht euch mal diese Mühe oder diese Freude. So werdet ihr sehen, die Gleichnisse sprechen immer von Bedingungen. In jedem Gleichnis, was Jesus erklärt vom Himmelreich, muss etwas geschehen, damit das Himmelreich notwendig, oder damit das Himmelreich kommt. Und das erste Gleichnis, das er erzählt, ist das Gleichnis vom Sämann. Und das ist dieses Gleichnis, wo der Sämann hingeht und die Sachen ausstreut. Und er sagt, dass es vier Böden gibt, vier unterschiedliche Herzensböden, wo diese Same des Königreichs fällt. Steinige, der auf den Weg gefallen ist. Das unter die Dornen und das auf guten Boden. So vier Kategorien gibt es von Menschen. Und drei Kategorien, wohin das Königreich Gottes kommt, die, da keimt es wohl in manchen, aber es führt nicht zur Frucht. Und ohne Frucht ist ein Einzug in das Königreich nicht möglich. So, das wird alles hinausgeworfen und verbrannt. Das, was auf den Herzenboden fällt, bringt Frucht 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. So, das Königreich Gottes muss Frucht bringen. Das heißt, es muss im Leben eines Menschen eine Veränderung geben, die ihn befähigt. Die beweist, dass in ihm jetzt etwas Neues lebt, ein neuer Geist, ein neues Herz, ein neues Gesetz, nach dem er geht. Nicht mehr auf mich geht es, sondern es geht um den Dienst zu den anderen. Es geht nicht mehr für mich, alles nur um mich, sondern es geht um, was ist das, was die Not des Anderen ist. So, er erklärt noch ein anderes Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Und er erklärt dieses Gleichnis wunderbar. Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin erklärte. Ab Vers 38, der, im Kapitel 13 von Matthäus. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reiches. Welche Kinder? Die Kinder des Reiches ist der gute Same. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Das ist das Königreich des Bösen. So ihr seht, das Königreich des Bösen hat seine Kinder und das Königreich Gottes hat seine Kinder. Wo? Auf einer Welt, wo das Böse herrscht. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. So, ihr seht, für Gott in seinem Plan, beim Aufbau dieses Königreichs auf Erden, muss es zu einer Ernte kommen. Und die Ernte ist erst am Ende der Zeit, am jüngsten Tage des Gerichts. Sie ist noch nicht gekommen. Sie ist noch nicht gekommen. Gleich, wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, werden die Gesetzlosigkeit verüben, werden gesammelt und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Jesus spricht viel von diesem Feuerofen, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne im Reiche ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So, wo finden wir uns in diesem Gleichnis? Wir finden uns, dass die Ernte ist das Ende der Welt. Hier am Ende der Welt wird etwas passieren. Am Ende der Welt werden die, die Satans Königreich, ja, sagen wir mal die Gesetzlosen, Die Gesetzlosen, die die Gesetzlosigkeit verüben, steht hier, die Ärgernisse es tun. Die Gesetzlosen werden vernichtet und verbrannt, während die Gehorsamen umgewandelt werden und ziehen ein in das Königreich des Vaters, wo sie für immer leben werden. Und diese werden für immer ausgelöscht sein. Wir finden dasselbe beschrieben, weil jemand hörte ja zu, als Jesus seine Gleichnisse gab und derselbe war Johannes. Johannes schreibt die Offenbarung, sie wird ihm noch einmal in Visionen gezeigt und wir finden in Offenbarung 14, dasselbe beschrieben, wo es um die Ernte geht. Ab Vers 14. Und ich sah und sie eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und eine Hand, eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreich reif geworden ist. Und er auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist und er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten und es floss Blut aus der Kälte bis an die Zäune der Pferde 1600 Stadien weit. So, hier sehen wir, es gibt zwei Ernten. Es gibt die Ernte des Weizens, das sind die Kinder des Königs. Die werden eingenommen, die werden geerntet von dieser Erde und ziehen in das ewige Königreich ein. Und es ist die Ernte der Gesetzlosen, der Trauben. Beides steht, sind reif. Warum ist diese Ernte noch nicht gekommen? Warum ist es noch nicht zu dieser Gerichtsverhandlung gekommen? Weil sie noch nicht reif sind. Es gibt immer noch Menschen heute, die aus der Gesetzlosigkeit in das Reich Gottes eintreten können. Und es gibt immer noch Menschen im Reich Gottes, die noch nicht endgültig das Ziel erreicht haben, unwandelbar zu Gott zu stehen. Ihr müsst wissen, das Ziel Gottes ist, ein Volk zu haben, das egal unter welchen Umständen es steht, ihn lieb hat und zu dem Gesetz, zu seiner Art und Weise steht. Was auch immer es kostet, das Volk hat er noch nicht zusammen. Ja, er hat Bürger, die hier wachsen, aber sie müssen reif werden. In ihren Herzen muss etwas passieren, dass sie nie mehr etwas anders wählen, als ihm zu dienen und seinem Gesetz untertänig zu sein. Es gibt immer noch Menschen, die ihrem sündigen Drang nachgeben, die noch spielen mit Gott. Und so kann er nicht das Gericht herbeiführen. Das Gericht ist erst fähig, herbeigeführt zu werden. Wenn Gott sein Volk so weit hat, dass es sein Gesetz völlig in seinem Herzen geschrieben hat, dann ist dieses Volk ein Licht für alle Gesetzlosen. Und wenn alle Gesetzlosen dieses Licht verwerfen und keiner mehr will, zum Guten übertreten. Wenn jedes Herz auf dieser Welt versiegelt ist zur Gesetzlosigkeit und jedes Herz auf dieser Welt, das unter Christus steht, versiegelt ist für das Halten der Gebote. Dann erst kommt die Ernte. Dann erst sind beide reif. Jetzt sagt Gott, noch nicht, noch nicht, weil man könnte ja beides nicht sehen und man könnte das Unkraut zusammen mit dem Weizen aus, oder man könnte das Weizen zusammen mit dem Unkraut ausrupfen. Nein, nein, wir müssen es reifen lassen. Der Abschluss dieser Zeit und dieses Gerichtes ist abhängig vom Reifen der Ernte. Das haben die meisten Christen nicht verstanden. Sie denken, dass Gott willkürlich die Zeit auf dieser Erde beendet. Sie denken, dass Gott einfach einen Tag gesetzt hat. Ja, er hat einen Tag gesetzt, wo er richten wird die ganze Welt. Aber dieser Tag ist abhängig, dass beide Parteien ausgereift sind, dass es keinen Gesetzlosen mehr gibt, der das Königreich Gottes in sein Herz aufnehmen will. Und dass es keinen gibt mehr im Königreich Gottes, der irgendeine Spur in sich hat, Gott ungehorsam zu sein. In sich hat eine Spur zu sagen, ich leiste mir jetzt diesen Zorn. Und ich leiste mir dieses Wort und ich leiste mir jetzt, ich weiß nicht was. Es gibt keinen mehr im Volke Gottes, der Gott untreu ist. Wir sind alle versiegelt mit dem Siegel seines Gesetzes. Das Werk in ihnen ist verabschiedet worden und sie haben den Stempel des Sabbats aufgedrückt bekommen. Sie sind vollendet. Sie sind reif. Genauso reif wie die Gesetzlosen, die sich mit nichts mehr, egal welche Anstrengung Gott übernehmen könnte, verändern wollen. Das ist die Reifung. Bis diese Reifung nicht stattfindet, kommt das äußerliche Königreich Gottes nicht. Und das ist wichtig zu verstehen. Auch die Reifung der Gesetzlosen ist abhängig von der Reifung der Kinder Gottes. Weil sie müssen zuerst reif sein. Sie müssen so reif sein, dass an ihnen Gott die Gesetzlosen rufen kann, das letzte Mal sich seine Gnade anzunehmen. Hat er keine Menschen, durch die er zeigen kann, wie er ist? Wie soll der Gesetzlose das Gesetz lieben? Wie soll der Gesetzlose Gott gern haben, wenn er nicht ein Bild hat? Gibt ihnen Gott aber ein vollkommenes Bild, so wie Jesus sagte am Ende seines Lebens, ich habe dich verherrlicht auf Erde. So muss das Volk Gottes, das Christus nachfolgt, den Namen Christi verherrlichen auf Erden vor den Menschen. Und an diesem Leben der Christen wird letztendlich der letzte Gesetzlose seine endgültige Wahl treffen. So Gott wartet auf die Reifung seiner Ernte, auf die Reifung seines Volkes, bevor er das Königreich der Herrlichkeit einrichten kann, bevor der Tag des Gerichts kommt, der brennen wir mit Feuer, wie der Petrus es beschreibt. Und hier in Offenbarung Kapitel 20 ist deutlich, steht Vers 15, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. So, dass der ganze Prozess von dem Sündenfall bis zum Tag des Gerichts ist beschrieben durch ein Jahr, durch eine Erntezeit. Und die Ernte muss reif werden. Jesus wird nicht aus dem Allerheiligsten seinen Dienst aufgeben, solange es noch eine Seele gibt auf dieser Erde, die das Evangelium noch nicht gehört hat und die nicht konfrontiert wurde, es anzunehmen oder abzulehnen. Solange es noch eine Chance gibt, dass ein Mensch errettet wird, wird sein Dienst nicht aufhören. Das ist die Liebe Gottes. Das hat er sich so vorgenommen und das wird so geschehen. Damit kein Mensch ungewandt in dieser letzten Zeit das Mahlzeichen des Tieres annimmt, sich gegen Gott wendet, muss er ein Volk haben. Dieses Volk muss ihn völlig widerspiegeln. Dieses Volk muss reif sein. Und Jesus wird auch nie das Heiler, Heiligste verlassen als Hohepriester, bis das eine seiner Kinder noch einen Makel und einen Flecken hat. Er wird daran arbeiten und dort bleiben, bis die Kleider seiner Kinder alle sauber und rein sind. Und wenn keiner mehr in der Gefahr ist, zu fallen, in dem Sinne, weil sie geläutert sind und jede Versuchung wurde überwunden, so wie im Leben Jesu. Er wurde versucht, versucht und als alle Versuchungen überwunden waren, war seine Arbeit vollendet. Und so wird es auch im Leben der Christen sein, wenn sie alle Anfechtungen, in die sie kommen, gut überstehen, wenn sie nicht mehr in Sünde fallen, dann kann Jesus sagen, okay, jetzt kann ich es beenden. Jetzt habe ich niemanden mehr von den meinen, die ich saubern muss und ihnen helfen muss, reinzuwerden. Und ich habe niemanden von den Gesetzlosen, denen ich das Evangelium verkündige und sie sauber machen möchte. Sie haben alle ihre Wahl getroffen. Dann kommt die Ernte, wenn die Ernte reif ist. Wenn wir heute vom Königreich Gottes sprechen, ich möchte zum Abschluss die Bedingungen sagen, die Jesus sagte, damit wir ins Königreich Gottes kommen. Weil wir haben gesehen, jedes Gleichnis, ich habe nur nicht viele erwähnt, aber ihr könnt sie alle nehmen, von den zehn Jungfrauen, von den Böcken und den Schafen, von den Dienern, die ihre Talente bekommen, von den Arbeitern, die gerufen werden in den Weinberg. Alle Gleichnisse haben eine Bedingung. Man kommt in Gottes Königreich nicht hinein, ohne dass man das Gesetz in sein Herz geschrieben hat. Das ist die Bedingung. Und schaut, Jesus konnte es nicht besser darstellen oder schöner darstellen. Und ich würde sagen, das sind so die Dinge, die geschrieben stehen an den Türen der neuen Stadt Jerusalem. Das sind die Sachen. Und ich lese ab Vers 3 in Matthäus 5. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes. Was heißt geistlich Armen? Es sind die, die erkannt haben, sie sind nicht Götter, die zu Gott kommen, um belehrt zu werden. Die wollen das Gesetz Gottes in ihr Herz geschrieben. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wer sind die Trauernden? Es sind die, die getrauern über ihre Sünde, über ihr schlimmes Herz. Und es hat mich sehr berührt, als diese junge Frau, meine Schwiegertochter, sich so bewusst wurde ihres Herzens. Und man sagt, es hat mich getroffen. Ich bin traurig über meinen Zustand. Glückselig sind die Trauernden, die sehen ihren furchtbaren, sündigen Zustand, die sehen ihren stolzen Egoismus. Wir haben es uns keinen Grund zu trauen, wisst ihr das? Außer wegen unserer schlimmen Sache. Sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Welches Land? Das ewige Land. Die Sanftmütigen. Wisst ihr, ein Sanftmütiger widerspricht niemandem. Ich habe neulich in einem Gespräch mit einem Ehepaar gesagt, widersprecht euch nie mehr. Wisst ihr das? Das ist phänomenal. Guckt euch mal an, ob Jesus widersprochen hat. Schaut, wie er mit den Menschen umgegangen ist, die ihn angegriffen haben. Wie hat er sie gelenkt, damit er ihnen nicht das Messer ins Herz sticht und ihnen widerspricht? Er hat dem Mann gesagt, widersprich deiner Frau nicht mehr. Und der Frau hat gesagt, widersprich deinem Mann nicht mehr. Und während ich das sage, sage ich es mir. Ich habe es letzte Woche gesagt. Und ich glaube, heute Morgen war ich in einer Situation, wo ich gerne widersprochen hätte. Aber der Geist Gottes erinnerte mich, nie mehr widersprechen. Es muss einen besseren Weg geben. Und das ist die Sanftmut. Die Sanftmütigen, nicht die Hälfte sanftmütig sind, sondern die Sanftmütigen werden das Land ererben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit dürsten, denn sie sollen. Nach welcher Gerechtigkeit? Nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, haben wir gesehen, ist die Liebe Jesus, so wie Jesus geliebt hat. Das ist der Standard der Gerechtigkeit. Willst du ihn suchen? Weil dieser Standard ist es, dem diese Leute hier nachjagen. Und sie bekommen die Verheißung, dass sie schaffen. Ist es nicht traurig? Dass wir die Verheißung hier haben, dass wenn wir der Gerechtigkeit nachjagen, wenn wir hungern und dürsten nach ihr, wir satt werden sollen? Warum zweifeln wir? Naja, der Gerechtigkeit, wir jagen ihr nach, aber wir werden sie nie reichen. Hier steht ganz klar, sie hungern und dürsten und sie sollen satt werden. Und das kommt aus dem Munde Christi. Nicht aus dem Munde eines Menschen. Sie sollen satt werden. Ich will satt werden. Ich habe satt meine Ungerechtigkeit. Ich habe satt der Schlimmheit meines Herzens. Ich habe satt meinem Stolz und Egoismus. Ich möchte kein Tüftelchen davon erhalten. Kein Pünktchen. Will ich in meinem Leben mehr haben? Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Oh, glückselig sind die Barmherzigen. Wie weit, denke ich manchmal, wenn ich mein Leben anschaue, bin ich von einem wirklich barmherzigen Leben. Aber ich will Barmherzigkeit sein. Ich will barmherzig sein, weil ich weiß, die Barmherzigkeit ist ein Ausdruck Gottes. Und der, der barmherzig ist, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das heißt, im Gericht wird er bestehen. Und jetzt kommt, glückselig sind die reinen Herzenssind, denn sie werden Gott schauen. Das sind die Reifen. Wisst ihr, alle diese Seelichpreisungen beschreiben den Weg und sie beschreiben, wo das hingeht, nämlich zur vollkommenen Reifung. Die Armen im Geist werden das Himmelreich erreichen. Sie werden nämlich durch Gottes Gnade gefüllt. Die Trauernden werden getröstet, weil diese Sünde wird vergeben und sie bekommen die Kraft, im Jagen nach Gerechtigkeit satt zu werden. Sie werden sanftmütig und sie werden barmherzig. Und ihre Herzen werden rein. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Möchtest du ein friedfertiger Mensch sein, der nicht mehr widerspricht, der nicht mehr kämpft um sein Recht, sondern dem es deren Heim gibt, der da Recht richtet? Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das wird noch einmal ganz deutlich in unseren Tagen kommen, wenn wir verfolgt werden, um der Gerechtigkeit Gottes willen. Aber wir werden durch Gottes Gnade bestehen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches, jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinet Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. So hier haben wir die Seligpreisungen Gottes. Sie sind nichts anderes, als die Eintrittspforten in das Königreich. Möchtest du Teil sein einer jeden Einzelnen, weil sie beschreiben einen Weg von dem, dass ich erkenne meine Not bis hin zu dem Sieg, dass man mir Böses antut, dass man Lügen über mich redet, dass man mich verschmäht und ich sage, es ist okay. Ich widerspreche nicht, ich freue mich. Nicht, weil die das so tun, sondern ich freue mich, dass ich es ertragen kann, ohne dagegen anzugehen. Meine Lieben, wir haben eine schöne Zeit des Studiums hinter uns über Christus und sein Gesetz. Ich bin enorm gesegnet und reicher geworden in diesem Studium Gottes. Sicherlich ist es damit nicht beendet, aber man ist ein Stück näher gekommen der Herrlichkeit des Herrn. Man ist ein Stück näher gekommen der Schönheit des Planes der Lösung. Ich finde es faszinierend, dass die Liebe Gottes in dem Königreich des Bösen ein Banner aufschlägt und dieses Banner trägt zur Vollkommenheit. Dass die Ernte der Erlösten reifen wird, dass wir eines Tages reif sein werden in dieser Liebe Gottes völlig ein reines Herz, wo zwar von Natur her noch immer die sündige Natur der stolzen Egoismus ist, aber er ist völlig gekreuzigt. Er ist da und er funktioniert nicht mehr. Er ist verrostet. Er tut nichts mehr. Er ist durch das Blut Jesu, durch die Kraft des Geistes Gottes machtlos geworden, in allen seinen geschlingelten oder ausgeklügelten Verführungskünsten. Er ist weg. Er ist nur noch da als Relikt. Er ist nicht mehr da als etwas, was funktioniert. Und er wird endgültig weg sein, wenn Jesus kommt und uns ins Reich führt, wo wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Das ist die große Freude derer, die lebendig erlöst werden von dieser Erde, dass sie den Tod nicht sehen. Sie werden verwandelt werden und das Relikt des Königreichs des Bösen wird endgültig aus ihrem Leben genommen und sie bekommen einen neuen Leib. Sie bekommen den Leib, den Christus hatte, als er auferstand aus dem Grab. Sie bekommen eine neue Existenz, wenn man so will, gebaut, aufgebaut auf der Alten. Sie haben es geschafft und sie stehen mit dem Lamm auf dem Berge Zion in der Zahl der 144.000. die den Sieg errungen haben über alles. Das hat mich und fasziniert mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass das Gesetz Gottes geschrieben sein kann in meinem Herz. Völlig. Die Frage ist, bist du auch fasziniert von dem Plan der Erlösung. Möchtest du auch ein Bürger und nicht nur ein Bürger des reiches Gottes auf dieser Erde sein, der manchmal daneben tritt, sondern möchtest du auch ein Bürger sein, der ausreift, der durch Gottes Geist und durch Gottes Gnade alles dran setzt, in seinem Leben so zu arbeiten, bis dieses Königreich Gottes so in uns lebt, dass obwohl wir auf dieser sündigen Welt geboren sind, die sündige Natur, das Fleisch, völlig getötet ist und nur noch der Geist Gottes mit unserem Geist in unserem Herzen lebt und das Böse zur Seite getan wurde, gekreuzigt, weg damit. Das ist das Ziel Gottes mit seinem Volk. So, wir haben eine Wahl. Satans Weg zum Himmel Er hat auch einen Weg gebaut. Er hat auch ein Pseudo-Königreich Gottes aufgebaut, weil er ist ja ein Kopierer und Betrüger. Aber das Pseudo-Königreich, das Satan aufgebaut hat auf dieser Welt, das sind die meisten Christen. Aber diese meisten Christen gehen auf dem breiten Weg. Sie gehen auf dem Weg des Unglaubens. Sie gehen auf dem Weg Biliams. Sie gehen auf dem Weg derer, die nicht an Gottes Kraft glauben, dass ihr Herz umgewandelt werden kann. Sie glauben nicht an eine Reifung. Sie glauben, dass wir unreif erlöst werden. Ja, das mag für den sein, der stirbt. Aber auch der muss in dem Wandel so viel wie er verstanden hatte bis dahin reif sein. Tun wir nämlich bewusste Sünde, wir wissen, es ist falsch, aber wir tun es trotzdem, weil wir Lust dazu haben, dann dürfen wir nicht damit hoffen, dass wenn wir dann sterben, erlöst sind. Wir müssen verstehen, ja, man muss nicht jeder Mensch, die Generationen vor uns sind nicht vollkommen geworden, sie sind nicht ausgereift worden, deshalb wartet ja Gott und arbeitet an einem Menschengeschlecht, das endlich reif wird, damit das Drama hier beendet werden kann. Und Satan hat diese breite Masse der Christenheit hier führt und denen er sagt, ihr werdet nie das Gesetz im Herzen haben können. ihr werdet immer sündigen, solange ihr die sündige Natur habt. Damit baut er einen falschen Weg auf, er widerspricht der Schrift in jedem Punkt, weil nirgendwo in der Schrift findet sich ein einziger Hinweis, dass es die Gerechten nicht schaffen werden, dass die Gerechten nicht zu Reife kommen werden, nirgendwo. So hat er diesen Pseudo-Weg, diesen angeblich leichteren Weg erfunden und verführt die Christenheit. Deshalb der große Kampf zwischen Gesetz und Nicht-Gesetz. Nur wer das Gesetz Christi im Herzen hat, liebt wie Christus. Wer denkt, er kann es nicht erfüllen, ja, er kann es aus sich nie erfüllen, das ist klar, aber will er es erfüllen durch den Glauben, das ist die andere Geschichte. nicht, aber denkt er, er kann es nicht erfüllen, dann glaubt er nicht. Und vielleicht will er auch nicht. So, was willst du? Möchtest du auf dem falschen Weg gehen, der eines Tages dich in das Feuer führen wird, zur endgültigen Vernichtung? oder möchtest du auf dem Weg gehen, der zum Leben geht? Gott setzt in uns vor Augen. Sein Weg ist der Weg des Gesetzes. Sein Weg ist der Weg, der außer der Liebe nichts zulässt. Der Weg Satans ist der, der die Lieblosigkeit zulässt. Ah, du darfst hin und wieder mal was Liebloses tun. Nein, nein, der Weg führt nicht zum Himmel. Gottes Weg ist klar und deutlich. So, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch lieben. So ist er. Er erlaubt kein Stolz, er erlaubt kein Egoismus, er erlaubt nichts, was der Liebe nicht entspricht. Der Weg zur Verdammnis, der erlaubt vieles. Du kannst wählen. Ich möchte den schmalen Pfad gehen zum Leben. Und ich möchte eines Tages und das nicht weit in der Zukunft, dass dieses Werk verendet wird. Ich kann nur das tun, was ich kann für mich. Ich kann nur mit Gott so leben und wandeln und lernen, dass in mir der Geist Gottes reift und mein Herz rein wird. Aber ich will, dass es in meiner Zeit passiert. Ich will, dass Gott mich hat und willst du es auch und wollen es mehrere, dann werden wir durch diesen Willen, den uns Gott gibt und durch den Glauben, den er uns gibt, das Banner ergreifen und sagen, Herr, wir hören nicht auf, wir werden arbeiten, bis das Werk vollendet ist. Koste es, was es wolle. Gott gebe uns die Stärke und die Gnade, das Ziel zu erreichen. Amen.